so willkommen leute wieder zu meinem commentary day play von final fantasy 8 ja es geht weiter mit cd4 jetzt müssen wir rinoa retten und das schleunigt so dafür müssen wir hier nach oben ich habe wieder mal ein bisschen gespielt also ich werde das jetzt immer machen offscreen spiele ich ein bisschen und dann weiß ich ja zumindest wohin wir immer noch hin müssen hier nicht in Schwierigkeiten nur auf Langeweile um zu lachen langweilig das will auch garantiert niemand sehen weil man ja da immer das gleiche im Raum gehen und so weiter aber egal jetzt müssen wir entlang speichern die hier einmal ab und da ist auch rinoa das weiß ich müsste da sein ja 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 ich sage dass wir das ihnen haben ja ja Okay, gehen wir mal die Skur hier, Auge an. Ah, ne, das ist nicht so. Dann. Jetzt, so ist es nicht so. und jetzt kommt sie totale zerstören und jetzt geht's los und 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 Jetzt ist er wie automatisch. Jetzt muss ich lieber nicht löhnen, sondern ich wollte nicht da rein. So, jetzt ist er durch. Ach nee, ich wollte mal einmal Lionheart holen. Wie schön, wie schön, wie schön wir hier. Wurdun, wo ist es? Is das wieder schön, Ruh? Wurdun, wo ist es? Ja, jetzt ist es ein Koppel. Sie wollen sehen, dass wir jetzt ein Koppel ab. Wir sehen, dass wir da nicht mehr so früh noch mal anschauen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Koppel-Koppel-Koppel-Koppel-Koppel-Koppel-Koppel, den wir mit uns dann sagen, das ist das Biegleon-Koppel. Untertitelung. BR 2018 Was ist denn jetzt los? Es ist so wichtig, als ob wir eine Reise durch die Zukunft führen. Aber nee, wir fallen ja auch runter. Alte Erinnerung, lol. Jetzt sind wir unter Wasser. Jetzt sind wir unter Wasser. Und ich glaube, das ist ein Speicherstand. Und ich glaube, das ist eine Illusion. Eine Illusion? Nein, man kann wirklich nicht sprechen. Okay, gut. Ich dachte schon, eine Illusion. Aber erst gehen wir mal ein bisschen weg. Mit Kürada machen wir das nicht. Wir haben noch eine Menge. Also reicht das. Jetzt können wir weiter latschen. Das erinnert mich irgendwie, als wir nur auch gut gelatscht sind. Und zur Idee, das sei ja natürlich ein Disc 1, aber... Ach nee, sag nicht ein Boss-Fight. Nein. Ach, Luke. Wir hatten doch schon ein Boss-Fight vor drei oder zwei Minuten. Oder vielleicht sogar Papier oder zwei Minuten. Das heißt, ich weiß nicht. Boah, Chloe. Jetzt können wir mit uns ein Spindchen spielen. Ich kann jetzt keinen Bock aufziehen. Ich will jetzt eher weiterkommen. Untertitelung. BR 2018 Jetzt geht es immer noch weiter. Geht doch mal auf! Geht doch mal! Und jetzt geht es immer noch weiter. Und irgendwann muss das ja auch mal ein Ende. Das kann doch nicht die ganze Zeit jetzt gelassen. So, nun geht es jetzt mal richtig los. Wow, wie die aussieht, ey. Und jetzt geht es weiter. Und jetzt geht es weiter. . . . . . . . Das ist cool. Das Schaft! war aber auch irgendwie langweilig. Für die ganze Zeit. Hempfen, überschwemmert, wieder hämten, drinnen und wieder hämten, drinnen und wieder Punkt und Hälten. Und das über Punkt 9. Okay, und nun sehen wir... Was sehen wir wohl? Ähm... Jetzt sehen wir zwei tote... zwei tote unbewaffnete Männer und ein dunkles Schloss. Oder ein dunkler Turm. Nee, jetzt Schloss. Schloss oder Burg. Auf jeden Fall Schloss oder Burg. Auf jeden Fall. Weil ein Turm sieht garantiert anders aus. So. Jetzt müssen wir da rein. Und ich freu mich schon über die Longfights, weil, ihr wisst ja, CD4 ist jetzt für mich auch blind. Sechs oder sieben Jahre war es so, dass ich das zweimal oder einmal durchgezockt hab. Nee, einmal. Danach war mein... Ja, von der PS1 die CD schrott. Vom CD1 die CD. Und das fand ich absolut kaputt. Aber auch egal. Wir machen jetzt hier einen Schnitt. Das war's hier auch von meinem Letz... Ach, nicht Letz hier. Commentary gameplay von Final Fantasy 8. Ja, wir sehen uns bis zum nächsten Part wieder. Ich werde abspeichern und gleich noch ein bisschen Offscreen spielen. Also, wir sehen uns bis zum nächsten Part wieder. Tschau Leute.